In der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weisgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. So, ich mach mal kurz wieder hier, zack, Webcam an, zack, da sind wir wieder und ich freue mich riesig, ihr könnt euch nicht vorstellen. Okay, und was machen wir? Ich wollte ein paar Sachen machen, bevor ich jetzt hier hinterher reite. Das Menü hatten wir, glaube ich, schon mal fortfahren, speichern, das ist ja klar. Wir haben hier auf Start dann im Nachhinein unser Optionsmenü mit verschiedenen Optionen. Glossar hatten wir schon, Alchemie erklärt sich von selber, hier können wir dann eben wirklich Sachen herstellen. Wenn du im Handelsfenster sehen willst, welche Komponenten, okay, anheften, damit wir dann im Handelsmenü sehen, was für Zutaten wir kaufen müssen. Wenn du ein Handwerksschema oder ein alchemistisches Rezept anheftest, wird eine Liste aller zur Herstellung des Gegenstands erforderlichen Komponenten oder Zutaten im Handelsfenster angezeigt. Das sind so Sachen, die wurden, glaube ich, reingepatcht. Die waren damals noch nicht da, als wir das gespielt haben. Hier sehen wir jetzt, wie man eben die Mutagene herstellen kann. Mutagene waren ja ein bisschen was anderes in Sobitja 2. Hier sind die eben jetzt ein bisschen komplexer vom Herstellen her. Kommen wir auch später zu. Alkohol können wir herstellen. Atesche, Silberschaden, Feuerschaden. Meistergegenstand, Samum. Blendet Gegner. Tränke, Katze, Schwalbe und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr groß darauf ein. Tränke sind gleichzeitig toxisch. Das heißt, mit jedem Trank, den wir trinken, vergiften wir Geralt ein Stückchen, weshalb wir nicht endlos viele Tränke trinken können. Das heißt, wenn wir jetzt Katze trinken, zum Beispiel, wenn wir mit Katze in der Dunkelheit sehen, dann erfüllt das so einen Giftbalken, den wir hier jetzt gerade nicht sehen. Wenn der ganz voll ist, stirbt Geralt, glaube ich, oder kriegt Giftschaden. Ich muss mich gleich mal kurz räuspern. Schwalbe, Regeneration der Vitalität erhöht und weißer Honig hebt Vergiftungen auf. Ja. Und Öle letztlich eben, Geisteröl, Nekrophagenöl, das wir dann temporär auf die Waffe machen können, damit die dann eben mehr Schaden gegen die verschiedenen Monsterarten machen. Inventar ist klar. Auch das hat sich ja, während wir gespielt haben, glaube ich, verändert. Ich meine, das hätte anfangs anders ausgesehen. Hier siehst du die aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Hier sind die anderen Gegenstände, die du aktuell besitzt. Und oben haben wir dann eben die Kategorien. Unten rechts sind die Werte. Und ausrüsten mit A. Filtern. 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 Beschreibungen. Okay. Okay. Vorschau. In der Vorschau kannst du dir auch ansehen, wie Geralt mit Gegenständen aussehen wird, die er noch nicht tragen kann. Okay, das wäre jetzt sehr kompliziert. Also, wir sehen hier, Geralt. Wir haben zwei Schwerter. Die Stahlwaffe, der Hexer Stahlschwert. Und das Hexer Silberschwert. Die sind nicht so mega gut. Und die haben sogar eine Haltbarkeit hier. 98% und 97%. Bolzen. Wir bekommen später auch noch eine Armbrust. Ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken als Konsumgüter. Keine Bomben. Unsere gute Plötze. Ja, Plötze. Hat, so heißt unser Pferd. Hat hier einen Sattel mit 20 Ausdauer. Das heißt, auch Plötze können wir mit mehr Gegenständen ausrüsten. Satteltaschen mit einer Trophäe. Und so weiter und so fort. Und hier haben wir dann auch unsere Rüstung. Kermorhin Rüstung. Und so weiter und so fort. Auf die Werte gehen wir dann ein, wenn wir mal was Besseres finden. Das müssen wir jetzt nicht alles im Detail durchquatschen. So, dann haben wir hier Rüstung hin. Kränke, Verzehrbares und Plötze. Sonstiges und Questgegenstände. Und das ist der Brief von Yennefer. Wechsel mit dem Linkstick zwischen ungelesenen Büchern und Schriftrollen. Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige. Oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Wysima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld. Doch kann ich nicht lange warten. Weder ungeduldig, noch sonst wie. Deine liebe Freundin, Yennefer. PS, ich habe das Einhorn immer noch. Das Einhorn, wie gesagt, werden wir später nochmal ausführlich sehen. So. Dann haben wir die Weltkarte hier. Glossar. Ah, okay. Monster Ghule. Ghule und Graweire sind schwer zu beschreiben. Man könnte behaupten, sie sind Menschen ähnlich. Doch tatsächlich sind sie die reinste Negation alles Menschlichen. Aha. Ähm, ne. Ich wollte eigentlich auf Bücher. Bestbücher. In diesem Fenster kannst du alle Bücher und Schriftrollen lesen, die du gefunden hast. Selbst wenn du sie verkauft hast, findest du hier ihre Inhalte. Das ist ja schön. Okay. Ähm, ich wollte aber auf die Weltkarte. Jo. Hier haben wir jetzt gerade Weißgarten. Zoomen. Rauszoomen. Wir sind hier. Und hier ist der Baum. Genau hier ist der Baum. Und wir wollen jetzt nach Weißgarten. Das ist da. Und ihr seht das hier schon. Das ist das kleine Tutorialgebiet. Und das hier ist die Weltkarte. Wir haben hier einmal die königliche Burg Wysima. Wir haben hier Velen, das Niemandsland. Die ehemalige themerische Provinz Velen war zu einem kriegsgebeutelten Niemandsland geworden. Hier oben haben wir Novigrad. Diese große Stadt war einst Teil Redaniens. Aber jetzt besitzt sie den Status einer freien Stadt. Novigrad ist die größte Stadt der Welt und zweifelsohne auch die reichste. Als Heimat des Kultes des ewigen Feuers wird die Stadt offiziell von dem Hierarchen der Kirche regiert. Aber die verbrecherischen Herrscher der Unterwelt haben in dieser Angelegenheit ebenfalls ein Wörtchen mitzureden. Entfohlen Stufe 10. Kermorhen ist hier ganz oben im Norden. Die alte Festung am Meer. Die Festung beherbergt eine Hexerschule. Vor vielen Jahren wurde die Festung zerstört, ihre Bewohner verfolgt und ermordet. Heute bietet Kermorhen lediglich ein paar überwinternden Hexern vorübergehend Unterschlupf, bevor sie sich erneut auf den Weg machen. Kermorhen. Dann haben wir hier Skellige, die Inseln. Die Inseln von Skellige sind die Heimat grimmiger, kriegerischer Seeleute, die auf dem Festland als Piraten angesehen werden. Das ist gut im Grund, denn die Inseln sind kahl und die Bewohner leben hauptsächlich vor dem, was sie aus dem Meer erbeuten. Das Land auf diesen fünf großen Inseln ist inzwischen den Clans aufgeteilt, deren Anführer Jarls genannt werden. Ja, wir werden außer dieses riesige Landgebiet hier auch noch zu den Inseln von Skellige kommen. Dann haben wir noch das Herzogtum Toussaint. Das ist ja dann das DLC Blood & Wine. Herzogtum und Vasall von Nilfgaard gilt als märchenhaft schönes Land, in dem jeder ständig einen Schwips hat. Toussaint ist wunderschön. Und wir werden uns eben hauptsächlich hier in diesem Gebiet hier bewegen. In dieser Ecke. Ja, und das Tutorial-Gebiet ist eben Weißgarten. Dieses wohlhabende Dorf ist für seine Obstgärten bekannt, dessen Zweige im nächsten Frühling voller weiße Blüten stehen werden. Empfohlene Stufe 1. Das heißt, das ganze Gebiet hier ist wirklich, ich sag mal, ein Tutorial-Gebiet, in dem wir so die grundlegenden Spielelemente kennenlernen. Auch wenn das schon groß ist und es hier schon eine Menge zu tun gibt. Übrigens habe ich mir im Internet eine, ähm, ein Guide rausgeholt, wie wir an alle Gewendkarten kommen. Na, ich möchte gerne alle Gewendkarten sammeln und da gibt es wohl ein paar Kniffe, wie man das richtig macht. Muss mich mal ganz kurz häusbaren, Moment. So, ich lebe noch, so. Äh, Quest ist ja logisch, ähm, hier findest du alle Quests, blablabla. Ähm, Hauptquests, die unten werden dann abgeschlossen. Nebenquests stehen auch noch da drunter. Und da steht dann, jene Vater hat der Kontakt mit Geralt aufgenommen, endlich. Sie hat sich seit Jahren nicht gesehen. Nun hat er sie ihm einen Brief geschickt, der natürlich nach Flieder und Stachelbeeren roch und die Aufforderung enthielt, sich in Weidendorf zu treffen. Es geht um eine höchst wichtige Angelegenheit, schrieb sie. Der Hexer ließ, wie immer, wenn es um Yennefer ging, alles fallen und ritt in halsbrecherischem Tempo los. Aber ach, er kam zu spät. Ähm, Yenne war rasch nach Norden geritten, durch wilde Lande und über Schlachtfelder. Sie hatte es offenbar eilig. Vielleicht war sie in Schwierigkeiten. Voll gewesen mir. Ja. Na, was haben wir hier noch? Charakter. Tufenaufstiege, dazu kommen wir dann später. Und die Meditation, um eben dann Zeit vergehen zu lassen. Okay. Wie gesagt, ich will nicht zu viel Zeit im Menü verbringen. Das waren schon 8 Minuten oder 9 Minuten. Aber es war jetzt mal so grob eine Einleitung von dem, was wir in dem Menü so machen können. Oben rechts dann die kleine Karte. Da haben wir dann auch die Uhrzeit und das Wetter. Und so weiter und so fort. Hier haben wir Plötze. Und ja, wir können anders als... Ja, ich komm doch schon. Als in Switcher 2 reiten. Und das ist auch notwendig bei der großen Spielwelt. Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler, über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. Drücke zweimal den linken Stick, um Plötze zu rufen. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Bradovitzreich, meinst du? Temerien und Edom gibt es nicht mehr. Bradovitz hat versprochen, die alten Grenzen wieder herzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Wer hat die denn hier aufgeknüpft? Also ihr habt das gehört, ne? Nochmal, Volltestsreich aus The Witcher 2 ist fort. Ja, das wollte ich nicht. Was steht hier? Das Begraben der Leichen erhängter Deserteure und Aufständiger ist hiermit strengstens verboten. Das Losschneiden von Erhängten wird mit umgehender Hinrichtung bestraft. General Maivin Rosin. Vizekönig der Provinz Temerien. Das ist jetzt eine Provinz statt ein Königreich oder was? Okay. Was stört das Dorf? Mal ganz kurz, Interesse halber, was steht hier? Das gleiche. Okay. Hallo, alles gut? Und jetzt. Okay. Ja, hier tobt Krieg. Und Krieg macht dann eben auch vor Bauern und deren Häusern keinen Halt. Kann ich hier was mitnehmen? Meteoritensilberbarren. Ach, wie schön. Ja, wir können hier auch in so gut wie alle Häuser reingehen, ne? Also The Witcher 3 ist auch wirklich von der Spielwelt her mega riesig. Und eben auch dann komplex, wenn es darum geht, sich zu... Oh nein. Ja, Krieg ist halt scheiße. Ist halt einfach so. Mag sein, dass die Machthaber das nicht so sehen, die den Krieg im Nachhinein befehlen. Aber die, die am meisten leihen, sind nun mal die Ärmsten. Einfach kacke. Moment. Jetzt habe ich es aber wieder mit dem Hals. Furchtbar. So. Mag man sich mal vorstellen, dass da vielleicht der Vater des kleinen Mädchens hängt, ne? Das mag man sich einfach mal vorstellen. Ja, ich springe immer noch auf X. Das ist ein bisschen doof. Oder man kommt von der Ernte zurück und sein Haus steht einfach in Flammen. Auch eine grausame Vorstellung. Hey, ein Schild Temerians. Alles nicht sonderlich schön. Komm schon, Plätze. Ah ja. Da unten sind auch irgendwelche Viecher im Wasser. Ich nerv das automatische Ausrichten der Kamera ein bisschen. Kann man das ausstellen? Ähm... Spiel, Tutorial, Automatische, Automatische, Zerträger in der Kamera. Ich würde mich gerne umgucken können. Los, los. Gehen wir? Hilfe, Hilfe, Hilfe! 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 Ist er weg? Ja, komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Wie gemein wäre das denn bitte? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ich glaube, Wiesimir ist mehr Alkoholiker als Hexer irgendwie. Neuer Eintrag im Vestrarium. Das gucken wir uns mal an. Jetzt nur, weil... Ah, für Gottes Willen. Ah, mein Gott. Tränke, 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 Fackeln. Ich habe mir eine Fackel da unten ausgerüstet. Aha. Navigiere. Handwerk, Alchemie, Verzehrbares. Tränke. Waldkauz. Beschuldige Generation der Ausdauer. Äh, wegwerfen, ausrüsten. Okay. Senkt vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände. Was ist das denn? Wolfsstunde. Okay. Handwerk. Ach, guck mal hier. Oberkörper. Oberkörper. Kriegerlederjacke. Rüstung, 30, 15 mehr. Aber da haben wir natürlich hier die ganzen Materialien. Ich will Leder, Lederstücke, Draht, Lunder. Können wir ein Heft herstellen und... Ja, ihr seht schon, ähm, das wird umfangreich. Okay. Ich wollte aber das Vistrarium eigentlich hier greifen. Ja, halb Adler, halb Katze, wie auf dem Wappen des Grafen. Nur dieser hatte statt des Zepters, äh, meine tote Kuh in den Händen. Anonymer Zeuge eines Greifenangriffs. No. Was auch immer der hier unten macht. Wahrscheinlich Futter holt und seine Kinder. Okay. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, wenn er jetzt da rumhämmert und nicht mal ein Wert hat, das den Wagen zieht. Aber okay. Ah, er kann aber halt echt froh sein, dass er selber überlebt hat, ne? Okay. Aufsitzen. Und wir reiten weiter in Richtung der Taverne von Weißgarten. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das hab ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Mhm. Du nährst dich an dem Dorf. Moment. Ähm. Störe dessen Frieden nicht. Denk daran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und seh das auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter, Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit einem Seitensymbol markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Ähm. Hier diese Wegweiser sind übrigens Schnellreisepunkte. Ähm. Schnellreise. Wählen wir mit dem linken Stick ein Reiseziel aus auf der Karte. Das heißt, wir könnten jetzt von hier aus zurückreisen zum Flussübergang, zum zerstörten Dorf, zur Weggabelung. Und so haben wir im Nachhinein, im Spielverlauf nachher, alles sehr schnell erreichbar. Ich kau die. Hallo Kleiner, mit deinem Spielzeugbogen. Ja, es ist auch gut so. Aber ich wollte nochmal hier hin. Und das sieht sehr interessant aus. Nilfgardischer Soldat. Wir sind in unserer Hoffnung. Ja, wir haben hier ja einen kleinen Wachtturm aufgebaut. Okay, ich, äh, brauch viel zu lange, ne? Tut mir leid. Nicht so schnell, Plätze. Da waschen die. Ich habe jetzt zackelt und geschnitten, eh. Und der wäre kein greif langer rumgeflohen. Ja, so war's. Ich will den Jäger, was so an der Zahl. Ja, den Jungen nicht. das ist ein waffenrock die temerischen lilien die hängen dazu recht du bist nicht mehr in temerien alter sondern in nilfgaard du kannst mich mal mit solchen ungeziefer mutanten trinke ich nicht tut mir leid wegen dieser gauner macht nichts das sind wir gewöhnt die leute sind recht nervös hier armeen sind durchgezogen jetzt treibt sich ein greif hier rum wir hatten schon das vergnügen er hat einen verwandten brahm angegriffen wie geht es ihm erlebt lässt dich grüßen werte hexer essen und trinken gehen aufs haus was kann ich euch bringen durch dialogoptionen die mit einem geldbeutel markiert sind wird ein handelsfenster geöffnet ja wie immer das gelbe sind die quest texte und da werden wir erstmal die ganzen anderen durchgehen hier ist ja richtig was los das ganze land ist unterwegs suchen nach verwandten oder nach schutz vor den armeen essen trinken und ein warmes nachtlager brauchen sie alle dann ist der krieg bisher gut für dein geschäft bisher schon frieden wäre mir trotzdem lieber in diesen zeiten weiß man nie was einen am nächsten tag erwartet ist aber echt mist ne wenn man sich mal überlegt dass wobei es kann ihr ja wahrscheinlich egal sein ob sie jetzt da ein themerisches schild oder nilfgardisches schild hängen hat ist ja eigentlich wurscht für sie jetzt aber dass man nie weiß was ist morgen brennt morgen meine schuppe sind morgen meine kunden tot kommt morgen soldaten hier lang also krieg muss wirklich furchtbar sein gibt es schon einen vertrag wegen des greifs nein noch nicht früher hätte der dorfälteste sofort eine kollekte organisiert oder den herrn um hilfe gebeten wenn sich hier ein monster niedergelassen hätte aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs klo ohne die schwarzen um erlaubnis zu bitten und den herrn haben sie wohl aufgehängt also nein kein vertrag schade wir hätten was tun können aber nicht umsonst ich finde schön wie man durch das fenster gerade gesehen hat dass wie sie mir sein pferd schief auf der fressstelle da geparkt hat achtet mal drauf zeig mal was du so hinter dem tresen hast kaufe und verkaufe gegenstände im handelsfenster drücke a um einen kauf zu tätigen drücke b um es zu schließen ja ich weiß jetzt nicht inwieweit ich die ganzen karten kaufen muss und kann moment mal das ist der händler oben ist mein gold ja sorry muss halt sein wir kaufen alle karten die wir finden okay wir suchen eine frau schwarze haare feilchenblaue augen schwarz weiß gekleidet kam aus richtung weidendorf geritten und es mag seltsam klingen aber sie riecht nach flieder und stachelbeere so eine frau habe ich weder gesehen noch gerochen ich würde mich wohl erinnern ja es ist schwierig sie zu vergessen aber hier sind viele reisende von überall her vielleicht lohnt es sich nach ihr zu fragen schön dass wese mir eine sehr eindeutige meinung über über jennifer hat ich hätte das aber auch mit dem riech nicht erwähnt glaube ich die luke option mit diesem x symbol da beenden das gespräch danke für alles soll ich dir beim verbinden helfen bitte so taterisch bin ich noch nicht dann frage ich nach jennifer aber denkt dran besser keine aufmerksamkeit erregen die schwarzen vermessen die felder lasst sie doch solange sie nicht die ernte verbrennen oh drommel drommel du bist ein bisschen unangenehm nachdem die uns gerade schon so beleidigt haben ja ne wir speichern mal warum ziehen sie die linien um unser land aufzuteilen und ihren leuten zu geben hallo ich suche jemanden und wir suchen ruhe und frieden geh mir aus den augen mutant bevor dein atem mein bier sauer werden lässt bei optionen die mit einem zeichen symbol markiert sind setzt du das axi zeichen ein das andere beeinflusst und ihnen den willen aufzwingt um besonders widerspünzige personen zu verhexen die axi sonst möglicherweise widerstehen könnten investieren die fertigkeit täuschen im charakterfenster eine schwarzhaarige frau in schwarzweißer kleidung habt ihr die gesehen redet sie ist angeblich vor ein paar tagen durchs dorf galoppiert so schnell dass sie radobor in den graben geritten hat wo ist sie hin weiß nicht viele spuren führen weg von der hauptstraße sie kann überall hingeritten sein verdammt leute der mutant kabat mir schluss verstand und deine zunge nehme ich auch gleich wenn du nicht still bist so willst du keine aufmerksamkeit erregen das ist meine lagerkiste hier oder kann das sein du kannst waffen ich glaube wir lernen gleich gewendt du kannst waffen rüstungen und gerümpel zur sicherheit in deinem lager aufbewahren wo sie nicht gestohlen werden oder so wie verschwinden können du kannst auf verschiedenen orten auf der welt auf dein lager zugreifen gegenstände die du an einem ort in das lager legt sind auch an einem anderen ort verfügbar orte an denen du auf sein lager zugreifen kannst sind permanent auf der karte eingetragen alte ausschau nach dem kistensymbol das wurde glaube ich auch nachher reingepatcht gute lagerkiste hallo was für eine zeitverschwendung die erde umkreist die sonne bevor du diese regeln verstehst hast du kurz zeit warum nicht aldert geert assistenzprofessor für zeitgenössische geschichte an der akademie ochsenfurt gerald von riva ausgebildeter hexer ich suche nach einer frau lange haare schwarz-weiße kleidung hast du so jemanden gesehen natürlich nicht im gegensatz zum pöbel weiß ich dass die reiterin des krieges ein hirn gespinst ist ja ich glaube er versteht nicht ganz was wir meinen oder reiterin des krieges worum geht es da um ein omen sagen die leute eine schöne phantomfrau reitet nachts durch die felder sie entspricht einer beschreibung armeen folgen ihr und ihren weg zu kreuzen bedeutet unglück den letzten teil kann ich bestätigen weißt du wo sie gesehen wurde nein ich interessiere mich für tatsachen nicht für märchen hm hier würde ich keinen gelehrten erwarten du fließt wohl vor dem krieg ganz im gegenteil ich bin hinter ihm her ich will zur front lebensmüde ich suche wissen das ist mir wichtiger als das leben selbst diesen durst kann kein verstaubter alter folie anstellen ich will die invasion nilfgards mit eigenen augen sehen sie verstehen und in meiner chronik aufzeichnen meinem hauptwerk äh ja ist eine interessante theorie man muss ja auch sagen das ist ja bei uns genauso ähm man lernt ja aus büchern und die bücher wurden geschrieben zeitgenössliche quellen und ähm überlieferte quellen und was es da nicht alles gibt und man glaubt das ja ihr lernt ja eine geschichte im nachhinein aus quellen raus ich hab ja ich hatte geschichte LK im Abi und dann analysiert man Quellen zeitgenössliche Quellen und dann Quellen die darauf beruhen die das interpretieren und man glaubt das ja einfach und umso weiter man zurück geht umso unwahrscheinlicher ist das ja nehmen wir mal nur als Beispiel äh Richard Löwenherz man weiß heute kaum wie der wirklich aussah weil die ganzen Zeichnungen alle nicht echt sind der hat sich damals ja viel schöner zeichnen lassen als er war aber weil die Quellen das so beschreiben hat man das ja teilweise wirklich angenommen und so zieht sich das einfach komplett durch dass man die ganzen Quellen die Texte die Niederschriften die sind ja immer alle subjektiv das heißt irgendein Typ der auf der Seite von ähm Fraktion X stand hat einen Text geschrieben und den hat man heute einfach mal als richtig angesehen das heißt dann ist das was er sagt über die andere Fraktion heute wirklich lernfähig oder schulungsfähig wobei man gar nicht weiß was alles stimmt muss man sich mal klar machen also es ist sicherlich nicht verkehrt dass er hier draußen ist statt in Ochsenfurt zu sitzen und von da aus über den Krieg zu schreiben Interessant wir brauchen jemanden der den Krieg beschreibt wie er wirklich ist keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen sondern Vergewaltigung Grausamkeit und sinnlose Gewalt ah wie ich sehe fehlt dir der Schliff der Akademie Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details die im Kriegsverlauf nicht zählen Tierart auf dem Mantel des Konflikts sozusagen hm sag das den Leuten deren Häuser niedergebrannt wurden das ist auch wieder wahr hat der Krieg Novigrad schon erreicht nein aber das ist nur eine Frage der Zeit Nilfgaard steht am einen Ufer Redanien am anderen gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd an dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt Stimmt wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen wie wir für sie kämpfen mhm vor allem die Gelehrten das Schwert ist nicht die einzige Waffe vergiss nicht dass es Architekten aus unserer Akademie waren die die Stadtmauern entworfen haben und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können Novigrad ist doch tatsächlich eine sehr schöne und sehr ja ähm opulente Stadt ich muss los bis dann warte mal Hexer du bist doch ein Mann von Welt spielst du vielleicht Gwind nein hab auch keine Zeit es zu lernen aber die Regeln sind ganz einfach komm wollen wir spielen durch Optionen die mit Karten markiert sind wird eine Gewinn Partie gestartet hm warum nicht wunderbar also es funktioniert so ja Gewinn ist ein altes Kartenspiel der Zwerge das den Zusammenstoß zwei Armeen darstellt die Spieler sind Generäle die Karten sind ihre Streitkräfte also wir haben gerade Volltest ähm leg deine Karten ab und zieh dafür eine neue erklär zuerst bekomme zuerst siehst du zehn karten das ist in diesem Spiel deine Hand du ziehst dann keine Karten mehr du setzt diese zehn always klug ein du 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 Hey, Sabrina Klevese, guck mal. Die aus The Witcher 2, Mann. Wie geil ist das denn? Sheldon Skeks. Oh mein Gott, das erkenne ich die alle erst wieder. Dies ist eine Einheiten-Karte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert für dieser Wert... Oh, Entschuldigung. Der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, die, der sie ausgespielt hat. Das ist das Kampfsymbol. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, der die Karte platziert wird. Manche Einheiten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeiten dieses ketvenischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der Reihe Plus 1 Stärke. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Am Beginn des Spiels kannst du bis zu zwei Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diese Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Kundenbeginn. Hier siehst du das Schlachtfeld. Das ist deine Seite. Das ist die des Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederseits einsetzen, indem du X drückst. Ich drücke A, um eine Karte aus seiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal A, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Du bist am Zug. Und ihr seht, dass diese zwei roten Kristalle sind zwei Lebenspunkte. Siegfried von Denizle. Über Frieden zu verhandeln ist einfacher als hineinzuhalten. Ich störe euch eigentlich hier. Es ist okay, oder? Es ist okay. Die Zahl links bei den Symbolen zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheit. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Okay. Wenn du den Zug beenden kannst oder passen willst du Zug Y. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke der Armeen und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt. Und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Der Gegner ist am Zug. Ach, guck mal hier, der Penner. Deadmold. Der wurde geköpft. Bei mir hat mal ein Gefangener seine Innereien ausgekotzt. Die guten alten Zeiten. Habe ich meinen Fußsteller auseinandergebaut? Moment. Die guten alten Zeiten. Jaja. Ja. Nebel. Oh. Jetzt haben wir hier die Spezialkarten. Navigation. Und zoomen. Klärrende Kälte. Setz die Stärke aller Nahkampfkarten der Weltspieler auf 1. Heimling. Ja. Shit, der gewinnt, ey. Okay, ähm, ich habe die Runde verloren, habe eine lebenssteinvolle Fähigkeit, der Nilskarte-Fraktion hat aufgelöst, der Gegner hat die Runde gewonnen. Rundenbeginn. Er hat nur noch drei Karten, richtig? Du bist am Zug. Ja, dann habe ich die Runde jetzt schon gewonnen, oder? Sehr schön. Er hat noch zwei Karten. Fähigkeit, der Nilskarte hat die Kündigung-Fraktion aufgelöst, wir haben eine Karte gezogen. Okay, das ist also Volltest-Fähigkeit, dass wir eine Karte ziehen können. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Naja, aber ganz knapp, können wir alles raushauen. Am. Yay, wir haben gewonnen. Profi-Tipps. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubürbaren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück wenden können. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Kartenmehrhändler verwirbst. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stiep an. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber gewinnt spielt er wie keins weiter. Ich denke dran. Danke. Der Foliant in deinen Händen, in Auftrag gegeben vom allergnädigsten Herzog Leberi, bedient sich Magie der geheimsten Sort, um zu zeigen, welche Gewinnkarten der Zeit in der Sammlung fehlen. Du musst ihn nur öffnen und denken, wie wäre es mit einer Partie gewinnt. Dann erscheint folgendes. Anzahl neuer Karten, die noch bei Spielern ohne besonderen Ruf oder außergewöhnlichen Fähigkeiten gewonnen werden können. 47. Die Karten fehlen noch. Sehe ich das richtig? Aber hatte ich das denn nicht so verstanden? Neugierig. Genau, die haben wir von ihm jetzt bekommen. Wir haben von ihm Soltan bekommen, weil wir gewonnen haben. Sieht man da auch die Bildchen schön auf dem Tisch liegen? Ach, ist das schön. Ja, wir werden so nämlich auch alle Spiele machen im Nachhinein. Die ganzen verschiedenen Gewinnkämpfe werden wir machen. Um dann im Nachhinein die ganzen Karten zu sammeln. Also wir haben von ihm jetzt Soltan bekommen, dafür, dass wir gewonnen haben. So, und hier ist nochmal ein sehr wichtiger Charakter. Dieser Typ hier. Merkt euch den. Dauert so 100 Videos, aber merkt euch ihn. Gaunter Odim. Der ist unglaublich wichtig für einen weiteren Spielverlauf, beziehungsweise für das erste Add-on. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Es wird meine Stimmung heben, sie zu finden. Du siehst mitgenommen aus. Nur ein paar Tropfen werden deine Laune heben. Ein kleiner Schnaps hat noch keinem geschadet. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Neuen Gegenstand erhalten. Schön. Ja, man muss sagen, dass der hier so präsentiert wird, ist ganz schön krass. Ich konnte mich da damals nicht mehr so richtig daran erinnern, als erst er dann rauskam. Aber wie gesagt, da wird der nochmal eine große Rolle spielen, der gute Typ. Erklärt aber auch, warum er jetzt schon hier so eine auffällige und klare Charaktererscheinung hat. Im Vergleich zu den anderen Bauern zum Beispiel. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter O'Dimm. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt. Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Oh oh. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Weiß ich halt nicht. Das ist die große Frage. Geht es sich um Liebe oder um was anderes? Es geht sich um mehr als Liebe. Und ich würde ihm jetzt auch nicht gerade wieder unsere Lebensgeschichte hier aufs Ohr drücken. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten. Mitten in der Nacht. Schwarz-Weiß, Stachelbeeren und... Ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten. Und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten. Und du bist in der Nähe und kannst helfen. Hä? Hä? Er ist weg. Wo ist er hin? Okay. Aber hey, wir wissen jetzt, dass Jennifer hier bei der nilfgardischen Garnison war. Frage die Nilfgarde nach Jennifer. Elsa heißt die gute Frau. Ach, ist schön hier, oder? Mit diesen Blumen überall. Und dem Wachs da von den Kerzen, die da mal waren. Ach, Mann. Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja. Obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Dugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha! Du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast hundert. Das ist wahr, ne? Hexer leben länger. Müsst ihr wissen. Okay. Ähm, ja, ich geh erstmal auf den Tisch. Genau. Ich soll mich unauffällig verhalten und du läufst über die Tische. Alles klar. Okay. Gut. Damit haben wir die Aufgabe. Oh, ne Katze. Hallo. Miau, miau. Was gibt's denn hier leckeres? Käse. Messer. Brot. Fleisch. Wurst. Ja, das ist schon schön. Für so eine große Spielwelt, ey. Man muss, wie gesagt, wir werden uns sehr viel Zeit lassen, einfach mal die ganzen Räume genießen. Lass uns einfach mal so ein paar Gebäude von innen angucken. Und nicht immer nur durchlaufen, reden, weglaufen und so weiter und so fort. Okay. Wir speichern nochmal. Es ist ein bisschen schade, dass ich jetzt keinen Schnellspeicherplatz habe. Also, das geht wahrscheinlich auf der Tastatur mit Tastendruck. Ausgetrunken. Mhm. Dann verpiss dich. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich hab dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein, nichts getan. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn. Okay, der Falskampf. Tja. Tja. Energie auf keine andere Art und Weise regenerieren, außer über Essen. Das ist natürlich schwierig. Ja, die wollten es ja nicht anders, die beiden. Okay. Oh, jetzt hat man hier schon... Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch daran, deinen Fortschritt außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere, blutiger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahrung wie Tod durch Sturz. Meine Großmutter hat eine paar Schmiede genommen. Das weiß ich schon. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Luft geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschlappt und verflogen. So schnell haben sie mit dem Kopf... Was? Ja, so war es. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexe hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder abnehmen. Angeblich haben sie ihn wusch wusch in einer Gruft begraben. Toll. Da war einfach mal der Hexer verantwortlich für etwas, was er gar nicht getan hat. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Das ist aber großzügig. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Meerische Rüstung benötigt Stufe 4. Oh. Meerische Scheuklappen. 30 Kapazität. In Satteltaschen lassen sich Objekte verstauen. Mhm. Was ist hier? Greifen absurd. Aha. Pass auf dich auf. Okay. Hätte irgendwie die Laufanimation von Geralt gefehlt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht anrempeln. Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Wir dürfen halt nicht Freischnauze klauen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so... ...einfach wie in... ...The Witcher 2. Hallo. Schniep, schniep. Oder darf ich klauen oder darf es aber nur nicht erwischt werden? Ist es vielleicht so? Weiß es nicht. Speichern. Grundsätzlich... ...seht ihr das hier schon? Können wir uns nämlich... ...mit den ganzen Essen hier dann natürlich gut durchfuttern. Also wir regenerieren uns langsam. Okay. Oh, was machst du denn hier? Nepp. Hälfte mal deiner Mutter statt hier rumzustehen. Auch toll. Okay. Oben, unterhalb vom Liebungsbalken... ...ja, also über mir, da oben... ...ist der Balken mit diesem Totenkopf. Das ist die Vergiftungsanzeige. Von der ich vorhin gesprochen hatte. Okay. Ich suche eigentlich was ganz anderes. Goedemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goedemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilf-Gadish. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Okay. Einfach nochmal den Namen gewechselt, weil der Nilf-Gadische Wurzeln hat. Wahrscheinlich damit er dann wie ein Nilf-Gader wirkt. Und nicht wie ein themerischer Bürger oder Bauer. Ach, die Windmühle da vorne. Es ist halt einfach schön. Es ist einfach schön, hier so ein bisschen... Ach. Die Seele baumeln zu lassen. Hier mal Kür. Muuu. Und jetzt? Wir essen in unserer Not immergrün. Sie haben uns die Ernte weggenommen. Was ist denn immergrün? Anschlagbetter. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Freue deine Not. Kaufleute mit seltenen Waren. Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils diese folgenden Symbole. Anschlagbrett, Questgeber, Händler, Rüstungsschmied, Waffenschmied, Kräuterkundiger, Alchemist, Ort der Macht, Monsternest, Rüstungsschmiedetisch, Leifstein. Und hier haben wir ein Anschlagbrett. Zusatzration. Hiermit gibt die kaiserliche Garnison bekannt, dass die Armeen des Dorfes wöchentlich Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden in vollem Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Hallo Leute, kann mir jemand einen Flug leihen? Ich habe meinen neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Und ein Biss soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder sein Feld ohne pflückt rocket. Kaiserliches Edikt Nummer 1845. Edikts sind glaube ich so eine Art Vorschriften. Hiermit sei kundgetan, dass sich auf Befehl des Führungsstabs seiner Kaiserlichen Majestät alle tauglichen Männer aus Weißgarten in der Dorftaverne einfinden müssen. Eine Schaufel oder Picke aus eigenem Beständnis mitzubringen. Die Felder um das Dorf sind mit Leichen übersät. Und angesichts der warmen Witterung befürchtet der Führungsstab den Ausbruch von Seuchen. Dies möge den Wohnern von Weißgarten als Beweis dienen, dass ihr neuer Herrscher um ihre Sicherheit bemüht ist und sich nicht nur gegen Banditen verteidigt, sondern mithilfe von Maßnahmen, die in der zivilisierten Welt längst etabliert sind, auch vor Krankheiten schützt. Wer sich weigert, diesem Befehl nachzukommen, wird ausgepeitscht und in den Stock geschlagen. Ich glaube, dass Nilfgaard eben das nördliche Königreich für sehr unzivilisiert hält. Gezeichnet Kommandant Peter Sare Gwinlewe. Nilfgaardisch Unterricht. Il-He-Zaar, Aya-I-Glor, Ardfein-Es-Nar. Nicht verstanden, was ihr gerade gelesen habt? Kein Wunder, es ist Nilfgaardisch und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich mit dem Lernen anfangen, je früher, desto besser. Ich helfe euch zu moderaten Preisen. Ernest von Vivovaro. Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen, also gegen die Nilfgaarder. Habe alles zur Annahme, dass er an einer großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt, wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt in den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das schwer zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf der Suche nach Bastian zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weisgarten auf nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dune Wildenwert. Das machen wir dann gleich. Ich habe noch ein bisschen beim Hals. Auftrag. Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger, aber vielleicht kann niemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt auch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir und ich erzähle euch etwas. Wer diese Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend. Odolan. Es gibt viele Interessantes in den dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagebrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf deiner Minikarte, die möglichst interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Gucken wir mal. Ja. Jeder wichtige Ort, den du entdeckt hast, wird auf der Weltkarte markiert. Oben rechts die aktive Quest. Da ist der Kartenausschnitt. Okay. Jo. Ja. Nebenquests. Im Kampf gefallen. Sammle sie alle. Vervollständiger eine Sammlung von Gewinnkarten. Im frühen Abenteuer hatte Geralt sich einen Namen als meisterlicher Würfelpokerspieler gemacht. In dieser Disziplin hatte er bereits alle Herausforderer besiegt. Siehe so Witcher 2. Bei mir nicht, aber normalerweise. Daher musste er zu einer anderen wechseln, in der er weiteren Lorbeeren anstreben konnte. So beschloss er, mit Gewinn zu beginnen. Er wollte auf dem höchsten Niveau spielen und brauchte eine vollständige Sammlung mit allen verfügbaren Karten. Darunter einige, die im Besitz der besten Spieler der Gegend sind. Mhm. Gut. Und dann jetzt hier, ähm, der gefallene Bruder. Die Nebenaufgabe. Wo ist denn das Ziel davon? Ah. Ganz da hinten. Ja, die Fragezeichen. Ernte beginnt. Ich merke es schon. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir hier vorne die Nebenaufgabe überhaupt annehmen, die da noch ist, machen wir erst diese. Weil die ist ja auf dem Rückweg. Wenn eine deiner Quests aktualisiert wird, erscheint links auf dem Bildschirmrand eine entsprechende Mitteilung. Wenn du die aktualisierte Quest derzeit nicht verfolgst, drücke den rechten Stick. Hör mir gut zu. Häufel beim Brunnen. Nie wieder. Und du spielst auch nicht mehr mit Shetty. Aber du bist mein bester Freund. Shetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Wenn ich dich je mit ihm erwische, dass du es bereuen. Oh Mann. Ah, spaltet natürlich auch so ein bisschen hier die ganzen Bürger, ne? Die, die für Nilfgaard sind und die, die ganz klar sagen, nee, für mich ist das weiter in Temerien. Kann ich mir auch gut vorstellen. Weltkarte. Ja, ja. Ja, ja. Guck mal nicht übertreiben hier. Ja gut. Dann reiten wir jetzt zurück und nehmen dann mal hier diese ganzen Fragezeichen mit beim nächsten Mal. Und werden uns dann hier mit der ersten Nebenaufgabe beschäftigen. Wir werden hier hinten die Aufgabe der Garnison. Wo ist die Garnison? Hier ist es, glaube ich. Da, ne? Da müssten wir hin. Für die Hauptaufgabe werden wir natürlich vorher alles andere erkunden. Wie gesagt, gewöhnt euch dran. Für mich ist das ganze Spiel jetzt so ein bisschen... chillen, entspannen und runterkommen. Also ich spiele das ganz entspannt. Wir entdecken alles, wir erkunden alles, nehmen alles mit. Wir lassen uns ganz viel Zeit. So viel Zeit, wie die Entwickler sich genommen haben, um hier alles einzurichten, nehmen wir uns auch, um uns alles mal anzugucken. Ich weiß, was ich weiß. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus. Kleine Hube. Was? 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 Was hat sie gesagt? Elsa ist die Wirtin hinten. Das ist, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Alles wird gut. Einfach mal so einen Vorwurf raushauen. Auch nicht schlecht. Dafür bin ich hier. Die Hälfte hasst uns. Die Hälfte ist uns neutral gesonnen. Oh weh, oh weh. Gut. Beim nächsten Mal gehen wir dann zurück und werden erstmal hinten die gute Aufgabe im Kampf gefallen machen und versuchen, den Bruder zu finden. Also zweimal linkes Dick. Und da kommt Plötze schon angeritten. Plötze ist ein sehr gutes Pferd, müsst ihr wissen. Plötze hat einen Platz in meinem Herzen bekommen. Gut. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Und werden... Oh, Entschuldigung. Der kam jetzt rausgeplatzt. Ähm. Kartenfilter wechseln. Ja, 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 ja. So. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Werden dann hier lang reiten. Über den Flussübergang zurück. Nehmen dann hier das Fragezeichen mit. Wahrscheinlich das Fragezeichen auch noch mit. Und das Frage... Und wir machen hier einfach die... Die Fragezeichen machen wir alle hier. Und gehen dann zum Quest-Ziel. Und ich vermute mal, dass wir vielleicht hier irgendwo hingehen. Das ist wahrscheinlich das verlassene Dorf mit dem Brunnen da, oder? Ich weiß es nicht. Aber wir machen auf jeden Fall dann hier diese Ecke erstmal beim nächsten Mal. Gut. Ich freue mich drauf. The Witcher 3. Wild Hunt. Das wird, glaube ich, jetzt so mein nächstes großes Projekt, mit dem ich mich einfach so ein bisschen... Ah. Entspanne. Ich glaube, das wird für mich die pure Entspannung. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich refresh nochmal kurz. Mein Livestream. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Also ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao. Ciao.